Was ist das Geheimnis einer erfolgreichen Firma? Da maße ich mir ehrlich gesagt nicht an, das Geheimnis zu analysieren. Ich kann vielleicht einfach sagen, was es bei uns ist. Und das ist vielleicht auch ein Stück weit, dass ich das raten kann. Ich glaube, schlussendlich sind die erfolgreichen Unternehmer, erfolgreiche Firmen wahrscheinlich immer die, die etwas Spezielles haben. Wo entweder eine spezielle Begeisterung haben für etwas oder halt auch ein spezielles Produkt, das ist klar. Und wenn es bei uns etwas Spezielles gibt, dann ist es wahrscheinlich schon das, dass wir immer wieder probieren, unkonventionell zu sein.